Das Ishigualasto Naturreservat, auch Montal genannt, liegt zusammen mit dem Talampayo Nationalpark in der Nähe von Villa Union. Das Montal zeichnet sich durch Trockenheit und farbige, äusserst bizarre geologische Formen aus. Es wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Besonderheit, das Reservat darf nur in Bussen und Autos befahren werden, die von einem Parkwächter oder einer Wächterin begleitet werden. Unser Guide ist Florence Perez. Sie erklärt uns hier, wie es zum Namen Montal gekommen ist. Im Montal wurden wichtige Funde von Dinosauriern gemacht, vor allem Eruptor Lunensis und Herrerasaurus. Die Farben in der Landschaft werden durch Mineralien bestimmt. Rote Farbe Eisen, weisse Farbe Kalzium und grüne Farbe Kupfer. Die Ablagerungen im Montal wurden im Verlaufe von Jahrmillionen durch Erosionskräfte gestaltet und regen die Fantasie der Besucher immer wieder von Neuem an. Das ist die Sphinx, die richtige Sphinx, weil die Natur der Architekt war und nicht wie bei der ägyptischen Sphinx der Mensch. Jetzt sind wir bei der berühmten Botscha-Bahn angekommen. Hier hat es so viele Kugeln. Es gibt zwei Bemerkungen zu machen. Die erste ist nicht so gut. Vor einiger Zeit waren hier viel mehr Kugeln vorhanden. Jetzt haben wir nur noch diese, weil einige Touristen Kugeln als Souvenirs mitgenommen haben. Die gute Neuigkeit ist, dass dort im Zentrum die Erosion an einigen Kugeln gearbeitet und diese halbiert hat. An einer solchen Kugel kann ich Ihnen erklären, wie diese entstanden sind. Diese Kugeln wurden hier gebildet, weil an diesem Ort ein Fluss war. Diese Kugeln haben einen organischen Kern, an dem Mineralien wie beispielsweise Calcium und Eisen angelagert wurden. Deshalb sind die Kugeln sehr schwer. Das ist das gelbe Unterseeboot. Es ist erstaunt nicht, dass das steinene Unterseeboot folkloristische und nationale Gefühle aufkommen lässt. Ankunft bei der letzten Sehenswürdigkeit, dem Pilz. Auch diese Felsformation ist das Werk der Erosion. Dank dem Wasser und dem Wind ist sie entstanden. Jetzt sind wir auf dem Rückweg und kommen schon beim Besucherzentrum an. Florence verabschiedet sich neben ihrem Lieblingstier. Did you enjoy it? We hope so. Because my little pet and me, Florence, try to say only thank you. Thank you for stay here in Valle de la Luna, Argentina. Vielen Dank. Vielen Dank.